Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Trains Sim World 4, der spielt das Folge 47 hier zusammen auf dem PC. Unsere Aufgabe in diesem kurzen Szenario besteht heute darin, diesen Zug in die Abstellung zu fahren. Und ich würde sagen, wir fangen an, steigen ein. Und zwar müssen wir, aber hier trotzdem noch ein wenig den Zug aufrüsten. So, ähm, aber das erstmal. So, natürlich auf Einstellen. Äh, Magastrüm schließen. Richtung Schalter vorwärts stellen. Und dann geht's los. Jetzt wird sich die Tür können sowieso nicht fahren. So. So. Befreien. So. 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 Wie gesagt, ein kleines kurzes Szenario, wie gesagt, Wochenende geht es wieder um längere Szenarien, versprochen. So, not in service. Ach, die sind doch nicht zu schnell. Warum? Wahrscheinlich werden wir den Zug dann auch noch abrüsten müssen, gehe ich mal davon aus. So, das wird von vielen Fajrubin. So, das wird von vielen Fajrubin. und dann ist da vorne unsere abstellung die noch schon warum ist denn jetzt alles hier runter kein ober kein draht mehr ist das so komisches szenario sollen wir den zukehr abstellen wenn die kein stroberleitung mehr ist das ist echt genial es ist typisch tsw wenn man sich dazu echt nicht sagen also okay wir sollen ein zug in die abstellung bringen ihr auf strom der mit strom fährt aber hier in der abstellung keine oberleitung ist macht euch bitte euer eigenes urteil dazu ich sage da lieber nichts zu aber in diesem spiel ist ja alles möglich ja das war das kleine szenario 4 minuten 40 haben wir jetzt dafür gebraucht wir haben hier einen zug in die abstellung gebracht auch das gehört dazu ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lassen da noch um da wenn nicht macht wie immer gar nichts bis zum nächsten mal habt noch einen schönen zweiten weinerstag eine schöne restwoche für mich geht es morgen wieder los nächste video gibt es dann alle voraussicht nach voraussicht nach am samstag kurz vor silvester vielleicht am silvester selber auch noch mal bis dahin macht's gut tschau servus und tschüss euer der ding spielt das macht's gut haut rein bis zum nächsten mal tschau servus und tschüss bye bye